Es ist Halloween und es ist die Nacht von Laternenjack. Kannst du ihn sehen? In einer mondlosen Nacht fällt ein Schatten über den Wald. Die Fledermäuse ergreifen die Flucht, es ist ihnen furchtbar kalt. Laternenjack ist hier und scheint mit seinem schrecklichen Licht. Und wenn du es zuerst entdeckst, gewinnst du den Halloween-Preis. Wir probieren's nochmal. Kannst du den Laternenjack jetzt entdecken? Es fliegen die Kürbisse groß und rund hoch über der Stadt. Doch einer davon hat Augen und Mund und ist zum Leben erwacht. Laternenjack ist hier und scheint mit seinem schrecklichen Licht. Und wenn du es zuerst entdeckst, gewinnst du den Halloween-Preis. Es ist gar nicht so leicht, den echten Laternenjack zu finden. Stimmt's? Los, wir versuchen es noch einmal. Die Monster und Geister sind überall, sie sehen dich ganz krimmig an. Doch einer ist da, der gerne lacht, sein Licht tanzt auf und ab. Laternenjack ist hier und scheint mit seinem schrecklichen Licht. Und wenn du es zuerst entdeckst, gewinnst du den Halloween-Preis. Hast du den Laternenjack entdeckt? Oder hat er dich zuerst entdeckt? Laternenjack ist hier und scheint mit seinem schrecklichen Licht. Und wenn du es zuerst entdeckst, gewinnst du den Halloween-Preis. Wir probieren zum Leben erwacht. Laternenjack ist hier und scheint mit seinem schrecklichen Licht. Und wenn du es zuerst entdeckst, gewinnst du den Halloween-Preis. Es ist gar nicht so leicht, den echten Lattens noch mal. Kannst du den Laternenjack jetzt entdecken? Es fliegen die Kürbisse groß und rund hoch über der Stadt. Doch einer davon hat Augen und Mund und ist Ternenjack zu finden. Stimmt's? Los, wir versuchen es noch einmal. Die Monster und Geister sind überall. Sie sehen dich ganz cremig an. Doch einer ist da, der gerne lacht. Sein Licht tanzt auf und ab. Laternenjack Es ist Halloween. Und es ist die Nacht von Laternenjack. Kannst du ihn sehen? In einer mondlosen Nacht fällt ein Schatten über den Wald. Die Fledermäuse...